T-T-T-T-T-T-Test 1, 2, 3, ha 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 Moin, Leute! Stationier ist wieder dabei! Wie ihr... Weiß ich auch nicht, ich hab voll Bock! Ähm, Halloween, toll! Ähm... Guckt euch das an, sieht richtig gut aus! Für dich! Ähm, das Weiteren, ja, ich hab viel Probleme mit der Technik. Ich hab ja, ich hoffe immer, das Mikrofon kommt morgen. Allerdings kommt der Halter erst, äh, ähm, nächste Woche. Also, pfff, joa, müssen wir jetzt, warte mal, was haben wir heute? Wir haben heute äh, Donnerstag, soll Dienstag kommen, das heißt, ja, gute 5 Tage, ne? Ist wie es ist, muss ja alles passen, ne? Und dann weiß ich auch nicht, ob es geil ist oder nicht, vielleicht kommt das und ich benutze das einen Tag und schmeiße das in ihr, kennt mich ja. Ah! Schon wieder, äh, äh, aber ist egal. Wir investieren ordentlich Geld, um noch ordentliche Qualität abzuliefern, wenn ganz oder gar nicht. Hahaha. Wenn das, äh, Projekt hier scheitert, so wie es jetzt nicht aussieht, muss ich sagen. Uff, dann findet ihr das bei Ebay. Nein, alles gut. Ähm, ich muss mich an der Stelle nochmal bedanken, ey, ähm, ihr guckt so fleißig auf YouTube, ja, ich... Wow. Musik sagen. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben hier, ähm, vergessen zu speichern, tatsächlich, äh, ja. Heute mal wieder auch off-stream, das heißt, nur YouTube. Und, ja, wir sind hier stehen geblieben, tatsächlich so ein bisschen, ähm, ich hab tatsächlich vergessen zu speichern und sind hier, äh, paar Minuten entfallen, aber, ähm, also das hinten haben wir ja alle schon weggegraben. Pfff, bringt mich jetzt nicht unwürdig sagen, oder? Wuff, 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 wuff. Ich find das so geil. Wuff, 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 wuff. Ähm, 6L. So, und dann lass uns doch mal hier nochmal ein bisschen Warte mal, Set Flatten, glaube ich, ne? Warte mal, ist das Flatten? Ist jetzt Set Flatten, ja? Gut, dass wir zwar da hinten das gemacht haben Jetzt haben wir hier Set Flatten on So, müssten wir hier noch Nein, 3, 3, ja Tja, ich hoffe, es geht euch gut Ähm, ich hoffe, es ist alles hübsch auch bei euch Ja, jetzt haben wir Halloween bald Äh, ich hoffe, geile Party steht an Also Halloween ist ja für mich Für mich persönlich auch was ganz Besonderes Muss ich mal ganz ehrlich so zum Besten geben Weil ich finde, Halloween ist als Thema Ähm, für mich persönlich einfach was Besonderes und Geiles Weil es geht so, ja, es geht mal so ein bisschen so Sich, auch um sich zu verkleinen Und auch mal so ein bisschen Den düsteren Ding anzunehmen so Ja Ne, mal Skelett-Zombie-mäßig was zu machen Ne Das finde ich immer ganz cool Es sieht immer cool aus Man kann immer viel machen Gutmäßig etc. pp Ja, ich finde das also Ich finde das spannend Es sieht immer hübsch aus, auf jeden Fall Ne, also Halloween Geil Ja, auch filmtechnisch Geht's denn da ab, ne Nicht gut Ja So Das ist schön Wir sind trotzdem in Station DC unterwegs Wir sind ganz unverkleidet Wir haben uns hier durch fast den gesamten Berg gefräst Finde ich ja gut Vielleicht nehmen wir den Rest des Berges auch noch mit So im Grundganzen haben wir ihn platt gemacht, ne Hier so ein bisschen Äh, Abizili Das hatten wir allerdings schon gestern direkt gefräst Ihr werdet das vermutlich nicht mitkriegen, weil ich das so hintereinander packe Dass es eben nicht zu sehen ist Weil Ja, wir waren ja hier schon mal So, lass uns mal kurz checken Oh Lass uns mal kurz checken Ähm Wastes Das ist gut Trotz Scheiß Ist, äh, hier incoming Wir haben hier ein 4000er Container Wir haben hier ein 3850er Container Also Feuer frei Schnell mal reingehen hier Vielleicht schaffen wir es ja noch Vielleicht Ganz sicher Jo Ähm Wir waren stehen geblieben Also bei dem Problem, dass wir Mensch, was ist denn jetzt hier nun? Lass mich doch mal reden So Wir haben 4050,99% Wir haben es quasi auf der letzten Klinge geschafft Jetzt müssen wir hier noch einmal durchschleusen Und Dann sind wir komplett reingeschleust Hier haben wir irgendwie 40,50 Grad gehabt oder so Ja Jo Aber War aber sehr knapp jetzt hier, ne? Ach So Ich könnte mir mal einen dritten mitnehmen Oder trau noch besser draußen so ein So eine Entleerung zu machen Das wäre natürlich auch noch geil, ne? So eine Gasentleerung draußen Ja, ja Ist alles gut So Haben wir wieder entleert alles schön Ähm Dabei können wir hier noch Wir haben ja auch Erst die Probleme gehabt Hier unseren Cool Oh Das ist mir da leider Das stört mich so Muss ich ehrlich sagen Das geht mir so ein bisschen Auf den Auf den Zaigär Können wir das noch anders machen? Mit einer Treppe da hinten hoch? Gut Wenn wir unter der Treppe Die Anzeige Die könnten wir auch eine runter setzen Können wir tatsächlich eine Treppe da hinten hoch bauen Zwischen dem und dem Da kommen wir da hinten noch ran Oder kommen wir hier nicht mehr vorbei? Ach Das ist alles Alles Murks Ja Also es geht mich so ein bisschen an Das finde ich gut Wenn ihr hier vorbeischläuft Zack Dass du halt immer da hinguckst Naja Ist egal So Ja Also ich finde das auch cool Dass hier die Tür mitgezogen wird Dass man die Ecke hier nutzen kann Ne? Das finde ich schon Ist schon Nie gemacht Ja Ich hoffe ich habe das Also das Problem mit meinem Headset Das ist immer zu Hause Wird es auch noch nicht gefallen Aber ich habe die S-Taste geklebt Äh Ja Das kann ich euch sagen Ich habe die Oh Es geht die Sonne auf Ne? Die Sonne aufgeht Müssen wir hier Der Gerät anschmeißen 59 Grad Über die Nacht Sind auch schon fast wieder 10 Grad mehr geworden Geht zu Zack So Ja Jetzt war jetzt wieder Stille Ja Ich bin so ein bisschen Ähm In Gedanken Grad Ne? Dass wir das vielleicht Bald mit der Hin und Her Schalterei auch bleiben lassen können Da habe ich gerade so Über drüber nachgedacht Ich muss mal Ich muss mal wieder mich Ein bisschen dran gewöhnen Äh Ein bisschen laut denken Damit ihr mir folgen könnt Ähm Ja Genau so Ne? Und zwar Habe ich gerade so drüber nachgedacht Dass wenn wir die 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 anderen Windturbinen Aufgestellt haben Dass wir uns das vielleicht Sparen können Mit dem Ein und Ausschalten Letztendlich haben die Windturbinen ja nicht mehr Leistung als die Solarpanels Aber die Solarpanels Haben eine grundsolide Leistung Während man bei denen So ein bisschen Ja weiß ich nicht Das ist so Kann mal mehr bringen Als ein Solarpanel Aber ich habe auch so ein bisschen Das Gefühl Kann auch mal Weniger bringen Als ein Solarpanel Steht da wie ich meine Und Ja Jetzt weiß ich nicht Die sind natürlich erheblich billiger Also preislich Ähm Ist die Windturbine Stark vorne Was halt viel Kupfer Viel Stahl Ne Aber Jo gut Letztendlich Muss man mal sich Vor Augen halten Wenn man die Fernace E hat Dann müsste man Das tatsächlich mal Vergleichen Da Ähm Das Solarpanel Ja seltene Erze kostet Und die Windturbine Ähm Zwar keine seltenen Erze kostet Wie Esser Oder etc. PP Sprich also kein Kobaltverbrauch Kein Nickelverbrauch Und so weiter Und so fort Ähm Müsste man das Tatsächlich vergleichen Ob Ähm Die tatsächlich Günstiger sind Ne Ich denke schon Dass wenn man das Vergleich Ähm Und die seltenen Erze wie Kobalt Und so weiter Und so fort Die gehen ja auch Viel seltener Ne Und zwar Bezüglich Äh Die verbrauchst du ja nicht so doll Kupfer brauchst du ganz viel Ne Stahl Brauchst du ganz viel Ja Aber Kobalt Brauchst du eben wenig Ja Davon hat man aber viel Wenn man die Rakete hat Ja Machen wir uns nichts vor Das heißt Wenn man die Rakete hat Und man die seltenen Erze ruhig verpulvert Dann müsste Eigentlich Ähm Wenn man auf dem Stand ist Wie ich jetzt Das Solarpanel Tatsächlich sogar vorne liegen Ressourcentechnisch So wäre jetzt meine Rechnung Weil die Seltenen Erze Davon habe ich Überschuss Und das Kupfer Das geht halt Ne Für tausend Dinge drauf Das sollte man mal Lieber horten Steht ja wie ich mein Ne Das wäre jetzt so meine Rechnung Dabei Ja Also Grundsätzlich Finde ich das Könnte es Doch günstiger sein Ah Das finde ich auch so nice Ne Guck hier Jetzt gehen wir einfach ran Patsch Voll Ende Ähm Müsste das eigentlich Tatsächlich Aus dem Grunde Einfach günstiger sein Weil Du halt eben Diese seltenen Erze Ja Halt Äh Zu viel hast Ne Das ist so So Noch irgendjemand ohne Fahrschein Nein Ist keiner ohne Fahrschein So Jetzt setzen wir hier das Nochmal Auf Setifold Setifold Machen wir das Schön sauber Ja Damit das auch Schön aussieht Ne Mache ich das Einfach schön sauber Kratze quasi Die Fugen aus Wenn man so will Darf natürlich zu weit Hinten nicht kratzen Das ist scheiß Gold Hier ab Ah Ah Da haben wir uns Früher gerissen drum Und jetzt Ah Ein bisschen angeknabbert Aber ist okay So Auch hier oben Bischen Aber ist nur leicht angeknabbert Aber es sieht schön drauf aus Guck mal hier Achso Ne Haben wir nicht ohne Fahrschein Wollte ich gerade sagen Jetzt haben wir hier noch einen Ohne Fahrschein Ähm Ganz fatal Jetzt ist mal die Frage Können wir die noch enger stellen Windturbine Vier Stück Guck mal Die können wir noch enger stellen Warum Warum steht er nicht enger So Ich möchte den noch weiter gerne abbauen Mit einem Wirecutter Und jetzt hätte ich den gerne noch Abgebaut Damit was denn Mit dem Angel Grinder So Und jetzt hätte ich Oh Junge alter Mit Ranch jetzt Komm Ja Wenn man den enger bauen kann Dann machen wir das natürlich Stromanschluss zu mir So Davon haben wir jetzt aber noch Vier Stromanschluss Zu Mir Stromanschluss zu mir Stromanschluss zu mir Stromanschluss zu mir So Geil wie Sau Haben wir den hier laufen lassen Oder was Tatsächlich Ah Schon wieder Wäschchen Caution Der kann mich mal Pop 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 So Was willst du denn jetzt Cable Coil Davon haben wir doch ja noch Und Wirecutters Soll ich in die Hand nehmen So Was willst du jetzt Ein Schraubenzieher Nimm ich mal an Und jetzt wieder Wirecutters Tja Das ist so meine Persönliche Idee Dabei So Zack Zack Haben wir doch auf jeden Fall Erstmal den richtigen Plan Gehabt hier Muss ich ganz ehrlich sagen Mit den Dingern Auf jeden Fall ist es mehr Energie Mehr Energie ist jetzt gerade Jetzt gut Wo wir jetzt Unendlich viel Energie brauchen Zum Kühlen Also ich denke mal Als Starthilfe Sind die natürlich geiler Ne Weil du am Anfang Natürlich mehr Die zur Verfügung hast Als anderes Ne Wir können quasi Aus dem Vollen schöpfen Das ist uns quasi egal Wie das nun letztendlich aussieht So Tag wieder fast rum Lassen den jetzt laufen Noch ein bisschen Wir müssen das ja runterkriegen Und dann vor allem Den brauchen wir wieder Müssen wir wieder heißes Gas Halt dazu lassen So Was wollen wir draußen Ich will jetzt hier tatsächlich Wo kriegst du das mal hin hier Junge Knack Super Ähm Haben wir nicht ne Noch mal ein paar Auch keine produziert Ist auch aus Und jetzt tatsächlich Auf Energiespar Im Quadrat Ja mach mal schnell 20 Bisse Watt Mach 50 Mach 60 Komm So Derweil kann ich hier kurz Mein Waste Gas wegbringen Temperatur mal checken Ich hab keine Geduld E36 KPA bei 45 Grad Es ist also mehr als okay So Ähm Achso ich wollte ja mal Waste Gas Backbringen Ne Dass wir da wieder Ad hoc Aufs Zend sind Und jetzt ist natürlich die Frage Wie voll Wie toll sind die Batterien Wie voll toll sind die Batterien Ich würde es halt echt gerne noch länger laufen lassen Aber wir kommen jetzt so langsam in die Region Wo es okay wird Ne Das muss man ja auch mal Ganz klar so sagen Die Region ist halt schon cool Wo wir uns bewegen War es denn des Wortes Ne Mach mal Mach mal zu Komm Äh Wir haben auf Steel Sheets gewartet Ein bisschen So guck mal 30 sind fertig So jetzt bauen wir die anderen Kollegen noch fertig So wie sieht es hier aus Machen wir mal wieder fresh Wenn wir schon mal dabei sind Können wir noch hier Ihnen hier noch Komm Hauen wir einfach voll Nur weil wir es können Zack Hallo Hallo So Also es scheint tatsächlich immer so schwallweise zu kommen Es geht hier dann runter bis auf Null Und dann geht es wieder hoch So habe ich so ein bisschen das Gefühl Oh Junge Reiß dich am Riemen Ah So Fresh Fresh So den Kollegen Und den Kollegen Äh Achso Ja das ist schon so ein bisschen komisch Das ist die gleichen Werkzeuge Mit dem man abbaut Auch Äh Anbaut Jetzt habe ich gar nicht geguckt Ob man die auch Ähm Monolithisch Ne Mit einem Anschluss Nur setzen Also mit einem Kombi Anschluss setzen kann Oh guck mal Jetzt sind der hier schon Eins Zwo Drei Vier Fünf Sechs Nicht schlecht Ah und die Kollegen Guck mal Da können wir jetzt mal Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Acht Stück Sollten wir auf jeden Fall bauen Ich verblase mein Kabel wieder Soll ich nichts mitnehmen Cool So sind wir vom Heavy Kabel wieder befreit Das ist gut Also die Energy Miley ist schon Das ist schon nice Das passt schon Zack Und zack So was sagt der Schweißer Komm machen wir gleich neu Was sagt der Akkuschrauber Machen wir gleich neu Mach mir doch gar keine Raste Immer wenn man da durch geht Ist halt was ne So Gut Was sagen die Batteries Die Batteries sagen Scheiße scheiße Uns geht's gut Das sagen die Batteries Hier der sagt ich bin fertig Ist auch gut Genau 50 ne Ist geil So Ähm Danke dafür Kannst gerne nochmal Cable machen Und zwar auch 50 Feuer So Gut Das haben wir quasi erledigt Energy Management ist toppy So Batteries sagen auch Ist okay Die eine sagt natürlich Ja Hm Nicht so okay Wie sieht das Energiemanagement aus Tatsächlich 1,8 kW Produktion Mitten in der Nacht Mehr als entnommen wird Sinkt natürlich jetzt Ja das ist das was ich meine Ne Sonne ist halt konstant Aber mit dem Wind Wir haben jetzt 6 Stück Umlaufen Ne 6 Stück Ähm 6 Stück Sind ja letztendlich Lass kurz überlegen Äh 60 kW Stromleistung Dann müssen wir auf den Sturm hoffen Dann sind die Batterien voll Müssen also die Gesamtkappe Batteriekapazität eher niedrig halten Damit wir am Sturm Äh Wenn die Batterien Unweigerlich Vollgekracht werden Unweigerlich Äh Dass wir Das quasi auch Nutzen Diesen Umstand Hm Guck mal Wir haben jetzt hier schon wieder 53 Grad Weil Doch Die Geschichte Je niedriger die Temperatur ist Desto mehr hat er zu kämpfen Die Wärme loszuwerden Tatsächlich Ich setze mich mal ein bisschen Bequemer hin Ich hoffe ich bin jetzt hier nicht Na und Das ist groß Ne Das ist ja Das ist ja auch Thema So Jetzt überprüfen wir mal Die Temperaturen So Wir haben natürlich hier 507 514 7 Grad Weil hier kein Radiator dran ist Ne Wir haben hier 56 56 Ist Hat sich also quasi Schon der Raumtemperatur Angeglichen Ja Gut Dann haben wir hier 154 Das ist der Der den Raum Eiskalt hochheizt Und zwar mit seinen 16 Megapaskalen Auch ganz schön dolle So Dann haben wir ihn hier Der kühlt den Raum Und haben wir ihn hier Der kühlt den Raum Und haben wir ihn hier Der hat sich die Raumtemperatur Angepasst Also Um die Raumtemperatur Ne Die müssen sich jetzt Alle angleichen Das heißt Alle Lagertanks Sollen quasi Eine einheitliche Temperatur Kriegen Dazu Ist es eigentlich Notwendig Sag ich mal Ähm Die Radiatoren Auf Sauerstoff Und hier zu erhöhen Damit Die Die Temperatur Noch weiter Runter ziehen Ja Also die Geben quasi Die Kälte In den Raum Rein Damit die Heizleistung Von dem Grauen Rohr Hier Vermindert wird Zieltemperatur Wird sein Ich denke mal So Minus 50 Grad Ein Raum Der wirklich Kalt ist Das wird aber Der Gasraum Werden So Und besagter Gasraum So Danke dir Dann wieder aus So Und dann bauen wir Aber noch Einen Kühlraum Einen Kühlraum Der quasi Ja Ja Wie soll man es nennen Eigentlich Ja Bauen wir eigentlich Überhaupt noch Einen Kühlraum Die gehen was an Also entweder bauen wir einen Kühlraum Der dann minus 100 Grad hat Wo wirklich meinetwegen 12 oder 18 kW elektrische Kühlleistung drin steht Und damit kühlen wir alles andere auf unsere Wunschtemperatur Das heißt der Kühlraum kühlt einfach nicht sich nur runter Und alles andere nutzt denn die Energie aus dem Raum um den Rest zu kühlen Plan A Plan B ist wir kühlen direkt Dann haben wir aber immer unvorhersehbare Energiekosten Guck mal hier Siehste Was sagt er Wenn es hier einen Umschaltknopf gäbe So 700 Watt Der sagt natürlich 6 kW Das ist klar Ähm Ist aber nicht das Problem Ja also da weiß ich noch nicht genau wie ich es machen werde ehrlich gesagt Ne Bin ich early So Gut Ja ich weiß noch nicht wie ich es machen werde Ich weiß es wirklich nicht Oder ich nutze den Gaslagerraum als Kühlraum Aber wenn ich da zu viel Hitze einleite Dann habe ich eben das Problem Dass wenn die Kühlleistung mal nicht ausreicht Ja Oder ich lasse den Gaslagerraum unabhängig vom Kühlraum Kühle den Gaslagerraum mit dem Kühlraum Und habe da quasi denn Notenergie Die den Gaslagerraum kalt heilt Ja ich weiß noch nicht Das muss ich mir echt überlegen wie wir das machen wollen So jetzt bauen wir erstmal eine Energieanzeige Komm Eine Energyanzeige So das heißt Zack Ähm Ne nicht du Du Zack Und dann bringen wir noch Radiatoren ein So das heißt hier Konsolen Ja wie viel bauen wir davon Babababam Bauen 6 Reicht gar nicht für 6 nicht genug Gold intus Ich denke mal er schneit 100 ab So er hat schon 3 Er hat aber auch genug davon So Iron könnte man ein bisschen reinschieben da Kommen wir gar nicht so auf Lager ne 6 Guck mal hier haben wir noch ein bisschen Iron Das knülen wir da mal rein Also noch zehren wir davon Irgendwo so relativ zentral Hier aus dem Gar Hier eigentlich ne Hier schön Energiemeile Hier kommt man quasi oft vorbei Hier bewegt man sich relativ viel Hier kann man von da raus gucken Von da raus gucken Hier hinten bin ich eher selten bis kaum Ja weil hier Wenn hier Atmosphäre wird Hier wird die Atmosphäre Dann spielt es keine Rolle Ne Ja hier ist schon Ein guter Platz Denk ich mal So Das heißt Ich nehme hier Große Displays So Kann man die eigentlich auch drehen Wie die Konsole Und dann zängt die trotzdem Richtig rum an Glauben nicht Ja aber schön Werde hier Achso Ja der wäre trotzdem da Achso Need more Ja brauchen wir so große Anzeigen Ja brauchen wir so große Anzeigen Ja große Anzeigen sind eindeutig ne Aber kleine Anzeigen sind halt Würden Würden vielleicht reichen So würden vielleicht reichen Eins Zwei und drei Da kriegen wir vor allem nicht alle drei nebeneinander Ah ich überlege mir das So Ähm Na gucken ob der Labeler heute hier Astrain funktioniert En Energy So was nehmen wir hier Input En Output Die in Battery So Haben wir die Geschichte da So jetzt muss man mal überlegen So wie ist es verkabelt Wir haben hier definitiv die Battery Und wir haben hier auch definitiv den Output Was wir nicht haben ist den Input Das heißt wir können den oben nutzen Können wir den Tracker oben nutzen Ja habt ihr gesehen Zack zusammengebrochen Jetzt ist es aber wieder Tricky Müssen wir überlegen Weil ich würde gerne tatsächlich Die Energy Leitung Die müssen sowieso so angebracht werden Das spielt keine Rolle So 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 Muss ich die draußen verbinden Das ist so Battery 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 So Ich muss hier mal Licht Nachsteuern So Ich denke mal man sieht nicht genauso gut Ne Ähm Ja Die Der sieht noch gut aus Ach so So jetzt machen wir mal kurz Die Radiatoren Geschichte Und dann müssen wir nämlich Oh wir schnappen uns unseren Laptop Der ist ja eh da So 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 jetzt nehmen wir mal The Radiators Zehn Stück Reichen Gehen wir mal hier rein Können unser Unser Festchen noch ausleeren Können natürlich gleich die Temperatur gucken Ne So was haben wir hier 43 Grad So was wir hier natürlich machen ist den Sauerstoff hochhalten Oder damit aufheizen Ne das ist das Das ist mir aber klar Ne den Sauerstoff aufheizen um den Raum zu kühlen ist okay Hier persönlich ist das okay So Aber ich kriege damit vielleicht eine einheitliche Temperatur hin In die Gerätschaften Oh ne da nicht Da Mein lieber Friend Nope Können wir hier einfach hoch gehen Ja So Packen wir mal Den hier wieder weg Da kommt keiner ran Regende Schick und so Jetzt müsste hier tatsächlich die Raum Temperatur Sich erheblich angleichen Es müsste Also ich gehe davon aus Dass wie gesagt Die ein bisschen wärmer Wären Aber dass die Raumtemperatur Insgesamt einfach sinkt Wie gesagt Zieltemperatur sind unter 30 Grad Das ist Zieltemperatur So Schauen wir mal Wie die Temperaturen eben so aussehen Previous 16,2 Das heißt wir haben noch 13 Grad Denn ist hier empty Aber er steigt ja langsamer Weil Ist ihm so So Der steigt auf jeden Fall Schneller Der steigt auch schneller Das ist so alles so 16 Grad Der müsste langsamer Schneller fallen Weil der heizt jetzt hier wie bekloppt Ihm ist es fast egal Also er hat es natürlich auch wie bekloppt Er müsste hier sinken Er müsste einfach nur sinken So Draußen ist noch Tag Aber nicht mehr Auch noch ein ganz Ecksche Noch ein ganz Ecksche Tag Ne Das passt eigentlich ganz gut So und hier haben wir jetzt Bald die 30 Grad Mal geknackt So Genau So er hat oben 466,9 Grad Er steigt also erheblich langsamer Weil die Wärme ja oben jetzt los wird Ne Das ist eine ganz klare Geschichte Er wird die Wärme auf dem Dach los Und damit Ist es alles tutti Weil ich halt natürlich So eine gewaltige Mohlanzahl Da reingepackt habe Ne Das ist auch immer noch Thema Wegen der gewaltigen Mohlanzahl Kann er nicht so schnell steigen Ja Fällt aber dafür auch nicht so schnell Das System ist eigentlich In sich nur Träger Ich weiß nicht Ob das Punkte bringt oder nicht Ne Das kann ich nicht so genau sagen Aber er tut was er kann 39 Was lässt er raus 35 Immer noch 4 Grad 4 Grad Unterschied Ja man sieht auch schon Wie die Kilopascal hier in diesem Raum Schon stark gesunken sind Ähm Was ich mal machen könnte Ist hier auf jeden Fall Beim nächsten Mal Wände mit reinnehmen Äh Schicken Fußboden und so Versteht ihr So Tank nochmal Entleeren Zack So 39 Grad Das passt eigentlich So Jetzt wird es Nacht Ich werde die mal Für diese Nacht noch einmal So ein bisschen abschalten Damit die Batterien So ein bisschen noch Zeit haben Der Raum wird ja Der Raum wird ja jetzt Insgesamt nicht großartig mehr heißer Weil jetzt die Beine Der O2 und der H2 Gegen den Stickstoff arbeiten Ja und es Insgesamt ja relativ Also kälter ist Ne Ansonsten Ähm Muss ich die Rakete nochmal losfügen lassen Dann müsste eigentlich auch Kaltes Gas Denn reingehen Wenn wir die Rakete Steigen lassen Dann haben wir natürlich Da drin ein Problem Dass die Gase generell schmelzen Müssen also diesen Gasschmelzgeschichte Also diesen Vakuumraum Tatsächlich nachbilden Unabhängig davon Was wir jetzt hier tun Um das Eis zu schreddern Weil spätestens Ach du Scheiße Daran habe ich ja auch Noch gar nicht gedacht Ja Wir müssen ja Das Eis schmelzen So Das Eis darf aber nicht Krawum machen Wenn das Eis aber Na gut Wenn der Raum Minusgrade hat Ist es egal Können also die Rakete Erst wieder losschicken Wenn der Raum Tatsächlich Minusgrade hat Mhm So ich gehe erstmal raus Äh Schließt das Kabel an Und dann Warte mal Wenn ich das Kabel anschließe Ich kann den Batteriestand Den Energie Output Den kann ich darstellen schon Ja Der Energie Output Kann ich darstellen Den Batteriestand Kann ich darstellen Kann nur Energy Input Nicht darstellen Den könnte ich aber Theoretisch darstellen Wenn ich einen Cable Analyzer Direkt hier anschließe Und rüber ziehe Oder ich mache das eben oben So Elektro Print Schalten wir mal wieder ein Zack So Cable Analyzer Habe ich so ein Ding nicht liegen? Äh wo ist denn? Da ist er doch Brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Brauchen wir nicht So das heißt Ich kann hier den Cable Analyzer nehmen Oh ich habe 5 Stück davon Und kann den einfach Rüber speisen Zack So Zack 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 So Das was ich hier Da sehen kann Will ich hier aber auch Manuell sehen können Ich kann hier auch so ein Label annehmen Ne Und Zack 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 So 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 En Anna Output En Anna Input Konfirm So. Und jetzt brauche ich nichts machen, als die Daten da rein zu schicken. Dafür brauche ich aber, weil ich so viele Schrauben brauche, ein Eichnen. So einen Chip habe ich ja noch da, ne? Ja. Einen Chip habe ich noch, aber nur ein Housing nicht. Achso. Wieder einschalten. Drrp, drrp, zack. Zack. Oh. Oh, oh. So. Bitte ein, UL. Da, 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 da. Ach doch, mach zwei, komm. So. Ja. Ja, ah, 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 ah. Also, weißt du, was noch geil wäre an dem Laptop, wenn man den programmieren könnte, während man den in der Hand hat? Gut. Das wäre noch geil. Das wäre richtig cool. So, den packe ich mal wieder weg. Super, 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 super. Hast du schon einen da? Ja. Danke. Komm mal jetzt hin. Hol mir den gleich weg. So, hier können wir auch wieder schön, zack, zack. Äh, den können wir auch gleich fett schön umlabeln. Und zwar, IC, energy, display. So, schmeißen wir den hin. Ist auch, IC, energy, display. So, haben wir den auch. So, ra, nee, nicht rein. So. So, jetzt muss ich, ich weiß, ehrlich gesagt, nicht. So. So. Import, import, import. So, gut. Ähm, power, low. Ja, das ist nicht so schlimm. Ich habe immer so das dumpfe Gefühl, dass der hier, wo, 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 wo. So, macht er aber nicht, ne? Es ist, ich weiß auch nicht, das ist so, es fühlt sich halt so an, ne? So, library. So, was haben wir denn? Alias. D0. Nee. So. En. Enor. In. D0. Alias. En. Enor. Out. D1. Alias. Ähm. En. Disp. In. D3. Alias. En. En. Disp. Out. D4. Alias. En. Disp. Bat. D5. Ich habe absichtlich die zwei freigelassen, damit die rechten Schrauben komplett belegt sind mit dem Displays. So. So. Doppelpunkt. Und start. Doppelpunkt. Falls es was zu initialisieren, ich mache ihn einfach immer rein als Platzhalter. Auch Krankheit, ne? So. Pff. Alias. Ähm. Ähm. Pin. Pin. R0. Alias. En. Out. R1. Alias. Alias. Battery. R2. Woh. Die. Fine. Woh. Pass mal auf, wir machen hier ein Bad, so wie wir es oben haben. Machen hier. Und jetzt kommt hier, LARGE. Battery Large Kit. Stationier Battery. So. Achso. Und jetzt guckt mal hier. Das haben wir gelernt. Im letzten Stream. Finde ich total geil. Battery. So. Jetzt haben wir es. So. Nochmal checken. Hier ist alles Tutti. Es könnte überall alles Tutti sein. Ja. Das ist. Ich muss echt aufpassen, ne? Und es wäre schon, also beim letzten Mal tatsächlich wieder der Piepel abgeraut. Deswegen. So die Dinge, die haben sich so ein bisschen so, ne? Na, ist halt einfach kacke, wenn. Wenn man stirbt, nur weil man was programmiert. So. Load. In. E. 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 Oh Gott. E. Will ich gucken. Aus dem Analyzer. Aner. Cable Analyzer. Power Potential. Power Required. Power Actual. Ist er auch kopiert? Power Act. Over actual. Over-actual. das gleiche machst du bloß mit out out so denn ja set in das in setting in so und vorher so machst du natürlich noch irgendwas mit der color color meinetwegen 1 und danach machst du auch noch was mit der mode meinetwegen auch 1 irgendwie so war das so und dann machst du das ganze mit der out mit der out set bitte meinetwegen 2 wir gucken uns gleich die colors an und alles so und die modes vor allen dingen 1 so und dann hast du laut in erstmal laut batch battery müssen wir wieder gucken nach der battery so station ja battery ja und zwar mode critical und so weiter und so fort tage read müsste tage sein tage load aus battery in battery charge und jetzt kommt summe nicht so mal average average aber das ist ja ein batch befehl so set in is but kann er 3 set in is but mode meinetwegen 2 z en but setting en but so jump start so das ist es prinzipiell schnell und einfach 24 zeilen bau 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 hingeklatscht die scheiße export export so ach so schrauben noch einstellen also können wir nicht einstellen so noch mal aus es wird wieder tag wir müssen hier kurz drin und dann müssen wir kurz raus kabel anschließen und dann haben wir es eigentlich erledigt und da müssen wir noch mit logic logic reader in die wand klatschen und den batterieladestand rein zu bringen hier in die steuerung damit diese steuerung die klimaanlage automatisch betreibt so hier wir sind herein gekommen um dich einzuschalten so 46 ist also nicht so dolle warm geworden 4 grad immerhin und jetzt jetzt stoßen wir uns gesund und dann und dann und dann Bis zum nächsten Mal.